ja hallo freunde herzlich willkommen zur vierten ausgabe von den getnews vierte ausgabe ist das schon und ihr seht das schon neue nachricht ich habe hier eine neue brille die aldi die ist mir kaputt gegangen und jetzt gibt es hier die neue brille und auch helga hat eine neue brille das werdet ihr auch noch mal sehen aber die andere farbe aber ich finde das cool mit der brille kann ich nämlich sogar autofahren andere sachen machen durch die andere konnte nämlich schon gar nicht mehr durchgucken so das ist die erste news so zwei news ist heute ist der 18 januar und heute ist welttag des schneemanns ja passt ja es schneit nämlich draußen naja nicht mehr also es hat geschneit will ich mal sagen mittlerweile ist das meiste eigentlich schon wieder weg weil es kam schon wieder gedrüppel runter wie das immer so ist ich hasse das in diesem land kann das nicht einfach liegen bleiben wenn das schon so schön ist nee kommt regnen und dann ist es mal scheiße kannst du nicht mal schneemann bauen so ist doch Mist ist das doch dieses schmuddelwetter und hier in nrw habt ihr das schon mitgekriegt in nrw da fahren doch nicht mehr mehr züge also da kommt ja dieses orkan tief kommt ja hier bei uns auch dieses orkan tief soll ja noch kommen man soll ja eigentlich sein haus gar nicht verlassen aber wenn ich da so raus gucke so schlimm sieht das noch gar nicht aus ich will nachher nochmal raus gehen schauen wir mal was da so auf uns zukommt außerdem ist heute auch noch der winnie-poo tag kennt ihr winnie-poo das ist dieser bär dieser gelbe bär der immer honig frisst heute ist winnie-poo tag und das ist wann das erfunden wurde dieser winnie-poo tag das weiß man gar nicht so genau das ist gar nicht übermittelt winnie-poo wurde ja erfunden von dem autoren ellen alexander müde und der hat das 1920 schon erfunden also der hat winnie-poo erfunden hat er die ersten geschichten zugeschrieben zu winnie-poo und wahrscheinlich auch schon die ersten zeichnungen und so weiter das weiß ich gar nicht aber seit 1920 gibt es schon winnie-poo das heißt der hat den krieg mitgemacht eigentlich das mag man ja gar nicht glauben also hätte ich nicht gedacht ja winnie-poo kennen wir alle aus dem ist heute auch noch reichsgründungstag ja reichsgründungstag hört sich ja erstmal so ein bisschen komisch an ist aber darauf zurückzuführen auf das deutsche kaiserreich da kam das nämlich das erste mal dass dieser reichsgründungstag gefeiert wurde im kaiserreich daher kommt er nächstes thema ja trump der donald trump kennen wir ja also der heißt so wie die ente und ist eigentlich auch der ente jetzt hat er nichts besseres zu tun ich meine der regiert ja der regiert ja dieses land dieses große amerika wo wir alle denken oh freiheit und so und dieses land regiert der ja aber offensichtlich hat er da nichts zu tun also weil der hat ja so viel zeit da hat er doch jetzt erstmal ein award verliehen und zwar den award für fake news ein fake news award also da hat nichts besseres zu tun und dann setzt er sich hin und sagt ich vergib jetzt mal den fake news award an leute der meiner seiner meinung nach fake news verbreitet haben also seiner meinung nach also anderer meinung nach wahrscheinlich er nicht aber da hat er hat er eine liste gemacht von leuten die seiner meinung nach halt diese news verbreitet haben und fake sind das was manchmal gar kein fake gab wissen wir alle das ist nur in seinem kopf also bei trump im kopf da ist sonst nichts also da ist halt ja also trump ist ja so ein typ wo man sagt äh jetzt mal gesprochen an alle geistig behinderten da draußen auch ihr habt also chancen wenn man das so sieht ne also als als wirklich hochgradig geistig behinderter mensch kann man auch noch ein eine weltmacht regieren das ist möglich ich weiß gar nicht ob ich das so sagen kann weil das ist ja eigentlich eine beleidigung für die geistig behinderten menschen das wollte ich ja nun auch nicht will ja keine äh leute beleidigen also die vielleicht geistig also ich kenne das ja selber ne äh also das soll jetzt keine beleidigung also keine beleidigung sein für geistig behinderte menschen ähm so hätte ich vielleicht aber wie soll ich das anders formulieren also es kommt mir ja so vor als ob der der ist geistig behindert anders kann ich mir das alles nicht erklären obwohl ich wirklich viele geistig behinderte menschen kenne die also mehr verstand haben ähm ich würde mal so sagen ich sag jetzt mal der ist ja nicht der ist nicht geistig behindert sondern der ist verstandsbehindert der ist verstandsbehindert so sag ich das jetzt der ist nicht geistig behindert der ist verstandsbehindert weil weil geistig behinderter mensch der der würde anders handeln als als der also verstandsbehindert so ich hatte ja auch schon gesagt hier von wegen GroKo oder Jamaika oder eine Minderheitenregierung ne das wäre ja toll wenn wenn man da noch eine Wahl weil im Moment kommt da da kommt ja nichts zustande im Moment man kriegt das ja mit so richtig passiert tut da ja nichts der eine will nicht mit dem anderen zu spielen habe ich ja schon gesagt ne und mich würde mal interessieren wenn wenn jetzt tatsächlich Neuwahlen wären und zwar in der Art und Weise wie ich es ja schon mal benerichtet habe also dass man nur diese drei Sachen zur Wahl stellen würde GroKo Jamaika oder Minderheitenregierung ja könnt ihr ja hier oben mal abstimmen ne da mache ich mal so eine Abstimmung rein was würdet ihr denn stimmen von diesen drei Sachen äh wenn das zur Wahl stünde also wenn wir das entscheiden könnten ob wir jetzt eine GroKo in Jamaika oder eine Minderheitenregierung haben wollen das würde mich mal interessieren stimmt das hier oben ab da würde ich mich drüber freuen ne obendrein seht ihr hier noch das Video von gestern da oben seht ihr den Kanal von äh und da seht ihr dann noch äh ein weiteres Video von mir ja das war's in der Mitte könnt ihr auch noch draufklicken da könnt ihr mich abonnieren das kostet nicht äh nichts gib mir einen Daumen nach oben da würde ich mich tierisch drüber freuen und teilen 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 damit ich mehr Abonnenten bekommen logisch ähm und ich sag bis morgen